Wir spielen der Fischer kommt. Jeder von euch hat einen Ball. Wir spielen das Ganze in der halben Halle. Ihr seid alles Fische mit eurem Ball am Fuß. Einer von euch ist der Fischer. Chrissy, dann tausche ich bei gegen Leibchen. So, der Fischer hat erstmal noch Pause, der darf hier an der Mittellinie stehen. Und irgendwann rufe ich der Fischer kommt. Dann zieht der Fischer los und versucht, bei den Fischen hier den Ball wegzunehmen. Der Fischer kommt! Wenn er einen Ball verliert an den Fischer, seht ihr bei der Sarah, darf bei der nächsten Runde mit Fischen gehen. Der Fischer kommt! Der Fischer kommt! Der Fischer kommt! Der Fischer kommt! Vielen Dank.